Seit über 100 Jahren steht der Name Rofa für Berufs- und Schutzkleidung in bester Qualität. Unser Geheimnis? Wir gehen mit der Zeit. Begleiten Sie uns doch ein Stück. Wir schreiben das Jahr 1897. Während Rudolf Diesel seinen neuen Motor in Gang setzt, kommt in Osnabrück auch das Familienunternehmen Rofa in Fahrt. Eine Standorterweiterung in Schüttdorf erfolgt 1917. Ein Meilenstein für die auf Gewebeherstellung spezialisierte Firma. Im Jahr 1967 geht nicht nur Wolfgang Hilberg, Erfinder der Funkuhr, mit der Zeit. Auch Rofa denkt einen Schritt weiter und integriert eine eigene Abteilung für Konfektion. Während Houston 1970 ein Problem hat, läuft in Schüttdorf alles nach Plan. Mit der Einführung der ersten DIN-Norm gelingt der Textilbranche eine Punktlandung. Mit dabei Rofa. Die Einführung der Norm für Warnschutzkleidung sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Von Wissenschaft und Forschung in Zusammenarbeit mit Anwendern und Industriepartnern wie 3M entwickelt, setzt sie schnell neue Maßstäbe. 1996 wird Deutschland Fußball-Europameister und Rofa bezieht erstmalig Reflexmaterial bei 3M. Was sich schnell auszahlt. 2004 expandiert das Unternehmen und gründet im rumänischen Arad die Rofa Textil GmbH. Im Rahmen eines Partnerprogramms wird Rofa 2009 autorisierter Konfektionär von 3M. Das Ergebnis? Textile Qualität auf Spitzenniveau. Heute blicken wir mit Stolz zurück, aber vor allem nach Form. 350 engagierte Mitarbeiter sichern tagtäglich die Qualität unserer Produkte. Mit 1,2 Millionen Teilen gleicht unsere Lagerkapazität der einer großen Warenhauskette. Beachtlich, aber kein Grund sich auszuruhen. Jedes Jahr produzieren wir fast 999.999 neue Kleidungsstücke und verarbeiten dabei im Jahr an die 2200 Quadratkilometer 3M Scotchleitreflexmaterial. Eine Menge, mit der wir nicht nur den Reichstag, sondern gleich ganz Berlin verhüllen könnten. Und das sogar zweimal. Dabei bündeln wir die Kompetenzen innerhalb unseres Unternehmens und sind so in der Lage, unabhängig zu arbeiten. Bester Rundum-Service ergänzt das umfassende Leistungsspektrum. Und bei allem, was wir nicht selber machen, holen wir uns den richtigen Partner ins Boot. Für beste Qualität. Von wegen nur Blaumänner. Unser Sortiment umfasst eine breite Palette unterschiedlichster Kleidung für alle Einsatzbereiche. Ob Kälte- oder Hitzeschutz, individuell gebrandet oder alltagstauglich, Rofa bietet für jede Herausforderung die passende Lösung. Kurzum, Rofa ist Ihr Spezialist für Berufs- und Schutzkleidung. Zusammen mit unseren Top-Partnern sorgen wir dafür, dass unsere Produkte höchsten Ansprüchen gerecht werden. Man wird nicht zufällig erfolgreich. Seit jeher geht Rofa mit der Zeit. Mit dem richtigen Gespür für Innovationen entwickeln wir uns stetig weiter, ohne dabei unsere Wurzeln zu vergessen. Tradition trifft Moderne. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Rofa. Seit 1897.